was geht ab leute team wabelt hier heute wieder mal mit einem hüllen review und zwar hat er uns legion supplies ein paar hüllen geschickt danke an die alle infos unten in der beschreibung von den genau wir haben uns fallen geschickt und die deck box die konzentrieren sich halt eher auf motive zum beispiel bei der deck box und bei den hüllen kann man sich theoretisch auch selber motive drucken lassen also selber auf die hüllen und auf die deck box wenn man eine bestimmte menge kauft genau und wir schauen jetzt mal wie die von der qualität her sind genau so also schauen wir mal also wie man schon gut erkennen kann ja man erkennt schon dass sie matt sind die glänzen jetzt nicht eigentlich ein ziemlich lustiges motiv ich muss echt sagen eigentlich lustig man hat ein eigenes motiv drauf machen das motiv final macht das nicht so ja qualität ist okay mit sicherheit nicht schlecht ich denke mal die sind vom schnitt her rechts gleichmäßig passt also sieht gut aus vom schnitt her oder ja von oben auf jeden fall bei den seiten seiten sind sie ein bisschen uneben ungleichmäßig ein bisschen nur ja also von oben ist eigentlich okay aber ist minimal also es ist spielbar es ist spielbar es macht sich viele unterschiede das ist halt wie gesagt für leute die echt bock haben auf irgendwie was bütiges oder so finde ich keine schlechte idee ja ist mal eine alternative zu den standard immer gleichfarbigen immer die Farben und keine ahnung jetzt zählen wir die mal ein schauen wir mal wie das so ist von der Größe und alles von der Spielemechanik also einhören lassen sie sich ganz gut genau die Größe für eine Karte die lassen sich ein bisschen nicht nicht so schnell gleiten in der Hand aber es liegt auch nur daran dass sie matt sind das kann sicher sind schlecht sieht halt perfekt sieht halt cool aus wenn man halt her läuft kommt so lustig aus ja aber die sind eigentlich schon recht stabil also mit der Karte finde ich auch für Motive sind die sehr stabil also die sind schon recht stabil hätte ich jetzt nicht erwartet aber wirklich gut ja schaut ganz gut aus wirklich ganz gut ist auch lustig glaube ich verwirrend für die Gegner also ich muss sagen für alle Mädels die draußen Yu-Gi-Oh spielen ich glaube das ist ja was für euch ihr könnt euch echt lustige Motive heraussuchen was ihr könnt hier zum Beispiel für Katzenlieferer genau ihr solltet aber einfach mal auf die Seite schauen was er für eine Motive anbietet ja was man selbst ohne Motive machen kann ja vielleicht fährt ihr auch selber irgendwas das ist echt lustig wir schauen uns mal die Weißen hier an das sind so Standard die bietet ihr aber anscheinend auch an oder vielleicht sind es auch für Tier Lieder ohne Motiv das ist mir gut ähm ja ganz normale ganz normale ganz normale Hüllen die sind auch matt ja also das einzige Manko was ich jetzt an den Hüllen im Allgemeinen habe ist einfach die Unregelmäßigkeit ja dass sie halt einfach nicht perfekt geschnitten sind aber ich denke mal so für Preis-Leistung ist auf jeden Fall gut dann können wir da vielleicht auch mal ein paar Grad verwenden ja wir greifen echt gut da rein sind es dieselben nur ohne Motiv ne sind es dieselben nur ohne Motiv anders also die fließt sich jetzt besser an ja die mit Motiv genau muss ich schon sagen die gleifen auch schneller rein ja ich weiß noch nicht woran das liegt aber es sind halt ganz normale gute gute Standard-Hüllen ja schauen gut aus so das ist nicht das das Wichtige das genau so schlecht ja ja recht stabil recht stabil auch die Ecken ja ja folge Bewertung 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 jetzt von mir die mit Motiv ja die sind jetzt also überraschend gut ich würde 3 von 5 Sterne geben ja dreieinhalb sogar und bei denen würde ich das sind echt gute Hüllen für den täglichen Spielgebrauch würde ich 4 Sterne geben also ziemlich schlecht ja ich würde für die Hüllen 3 Sterne geben allein das Motiv gefällt mir jetzt nicht so aber wenn man halt andere Motive machen kann dann würde ich wahrscheinlich auch mehr Sterne geben ja für die weißen Hüllen würde ich auch 4 Sterne geben weil die kann man echt immer gebrauchen ja die sind ok also das ist so Standard von den Hüllen genau so muss es auch rein also schlecht sind sie nicht ich denke mal Preis-Leistung stimmt ja das einzige Marktpunkt was ich jetzt habe ähm ist der Schnitt ja das ist einfach nicht nicht gerade ist das ist halt auch seitlich aber wie ist das oben von oben ja von oben ist eigentlich jetzt also bei denen mit Motiv war es eigentlich recht gut bei denen ist es auch jetzt wieder schon ich glaube auch ein bisschen uneben aber nicht so schlimm wie seitlich oder? ne ich glaube ne oben ist nicht so schlimm wie seitlich also seitlich ist schon extrem es ist halt immer das Problem halt bei bei großen Events dass man halt dann da ähm Ärger oder beziehungsweise Probleme kriegen wenn irgendwie das regeln oder mit Junkers oder was auch immer aber sonst so für den normalen Gebrauch eigentlich sehr gut echt stabile Hüllen und auf jeden Fall eine gute Abwechslung zu den normalen cool Motiven lustige Idee auch sonst haben wir ja immer noch diese Standards feinfarbig die sind ja auch manchmal auch ziemlich nachweilig aber mit Motiven ist das echt alles lustiger ja auf jeden Fall danke an Legion Supplies alle Infos zu denen findet ihr natürlich unten in der Beschreibung und tschau